und herzlich willkommen zu keine ankündigung vor heute abend heute abend werde ich auf twitch live stream hier also noch aufländer wird heute abend circa 19.20 starten ist ein ets 2 konvoi auf multiplayer track mp u3 von einem firma zwei jahren bestehen da werde ich leicht geben die route ist sieht man hier alles das wird knappe zwei stunden mit zwei pausen das geht von hier nach italien runter und die erste pause ist hier dabei ist erst 10 minuten pause machen etwas werbung laufen die zweite ist hier wenn man auch pause machen und der end heißt diesen niveau und das ist die sind ungefähr 1000 1000 kilometer ich hätte aber zwei stunden mal ein es haben viele angemeldet sind rund 50 mit 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 fahren muss mehr die auf start aufstellung sieht so aus dass das ist keine schreibfehler haben wir haben wir dazu geschrieben auch wir sehen hier dass das letzte mal das ist auch wir sehen jetzt das so ist immer aufgeteilt hier alles da sind wir eotanks sonstiges ist hier euer group und so weiter wir haben begleiter ich werde hinten fahren und ich freue mich heute abend euch zu sehen auch bei twitch und ist nur ein video ich sage mal bis zum heute abend ich habe mich jetzt vor